Wo bleibt die nächste Skyrim-Mod-Show? Ja, diese Frage stellen sich wohl gerade viele, aber ich habe zwei große Probleme. Problem Nummer eins, in den letzten zwei Wochen, da kam wirklich überhaupt nichts richtig Gutes Neues. Da war der Markt relativ trocken, hat man auch bei der Konkurrenz gemerkt, es gab zwar so ein paar Sachen wie andere Texturen für Frauen oder irgendwelche Texturen für die Waffen, aber eben kein richtiger Kracher, wo ich sagen kann, das ist eine Mod, die muss man mal gesehen haben. Dann habe ich was richtig Gutes entdeckt, nämlich die Blackreach Railroad, die sieht auf den Screenshots ziemlich gut aus. Ein riesiger Zug, der euch eben durch die Schwarzweiden führt, eine geniale Idee meines Erachtens, nur ein Riesenproblem, die Mod ist unheimlich verpackt. Version 1.1 ist die aktuelle Version und man sieht es schon hier, Troubleshootings, da gibt es eine Menge. Besonders wenn ihr irgendwas haben solltet, wo man eben die Texturen der Zwergenruine verbessert, damit schrottet ihr komplett euer Spiel. Ich hatte Glück, ich habe immer alles als Backup und so, ich sichere mich da immer wieder ab, aber für welche, die einfach mal ins Blaue die Mod ausprobieren wollen, lasst aktuell die Finger weg. Ist eine coole Idee, aber wartet mal ab, vielleicht in Version 1.2 oder 1.3 irgendwann mal könnte die Mod funktionieren. Deswegen werde ich dazu auch noch keine Vorstellung machen, weil ich sie eben einfach nicht richtig zum Laufen bringe. So, als nächstes, es gibt jetzt wieder so ein paar Sachen, wo ich interessant finde, wie zum Beispiel der Phishing Mod in Skyrim, den will ich mir gerade anschauen, aber der Steam Workshop ist aktuell gerade down. Man kann zwar in den Steam Workshop rein, man kann die Mod sehen, aber man kann keine herunterladen. Ihr seht, ich habe wirklich kein Glück mit der Mod Show, aber ich denke mal Ende der Woche, am Wochenende, da kommt definitiv dann die neue Folge und die wird dann auch wieder randvoll mit guten Mods sein. Also, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Tschüss!